Mit allem drum und dran investieren wir um die 100.000 Euro nur alleine fürs Recruiting im Jahr. Wir wollen kontinuierlich die Leute daran erinnern, dass es uns gibt oder uns bekannter machen. Es ist so, dass bei Employer Branding es noch schwieriger ist zu tracken. Ob jetzt da jemand sich aufgrund dessen, weil die Werbung in der U-Bahn lustig ist, sich bewirbt oder nicht, ist natürlich schwierig. Da sind sehr, sehr viele kreative Köpfe dabei, wo wir auch mal, sag ich jetzt mal, rumspinnen und sagen, okay, ist eine coole Aktion, komm, lass uns machen, lass uns probieren. Vielen Dank.